So, schauen wir auch gleich, damit wir stärker werden. Vor alle Föhle. Artefakt, was für ein nettes Artefakt können wir da nehmen? Mhm. Oh, wieso können wir das nicht nehmen? Wieso denn nicht? Okay, dann halt leider nur 10. Oh Mann. Ach so, weil ich das nicht... Okay, ja, ich habe mir schon gedacht. Ja. Ja, ich... Ich habe schon herausgefunden, was das ist. Oh mein Gott. Aber ja, es ist ein Talisman. Genau, das hängt man sich einfach um. Frage jetzt noch, ob der Blut dabei ist oder nicht. Bei diesem netten Talisman. Da rein? Da rein. Alles klar. Oh, da bist du ja. Hi. Oh. Pass, mach mal, wir schlagen jetzt noch die hier. Genau, Kampfvorteil. Und machen sie fertig. Damit wir ja schön brav starten. Das ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen-Friends anzulegen. Könnt ihr eure Comic-Con-Schrissen nicht woanders abziehen? Ähm. Der. Brenn, Baby, Brenn. Dem, 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 der. Aha. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Oh. Ähm. Wie gemein. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts pfeilen. Okay. Das sind das sehr beleidigen. Nope. Wirklich. Jetzt knie. Dein Zug gehört jetzt cool in Friends. Die Stunde des Chaos geht bevor. Ah, der Zug gehört jetzt cool in Friends. Oh dear. Das ist nicht langweiliger werden kann. Ich hab' Naja, wie ist sie vielleicht. Oh, okay. Perfekt. Der Herr. Das waren CDs voll. Oh mein Gott, CDs. Nope, nope, nope. Verkackt. Pass. Okay. Oh, Lava. Oh, so ein Arsch. Oh mein Gott. Wir müssen schauen, dass wir den Schützel da irgendwie. Weit zu nahe kommen. Alle gehen auf ihn los. Oh, Wahnsinn. That is a common. Okay. Au. Okay. Oh, man, oh, man, oh, man. Oh. Na, warte, na, warte, na, warte. Da werden wir natürlich ja mal beide erledigen, oder? Oh, oder? Ah, werden wir beide erledigen, scheiße. Oh, ist nicht was. Das geht. Das geht. Great trick. Zeit, was du drauf hast. Oh, wer hat sie? Vielleicht doch mit seiner Mutter oder so. Die Note kanalruhe vorbeikommen. Oh, so geil. Er und so eine Note. Wahnsinn. jetzt wollen wir noch überlebt mal ist mal ist das was das mal ist heizt immer noch gar keine dritte gesehen Fresse weil wir entscheiden doch nicht wirklich und das zeigt auch für uns der war ja dort der also ja so die bücher und noch einmal das ist sowieso da er nur noch das schlecht jetzt und ein verwundeter kuhn ist der gefährlichste kuhn erholen oder ist das neu auch ja oder doch auch möglich für ein paar was der Kuhn kann nicht sterben der Kuhn kann nicht sterben ja genau jetzt schon das macht Käpt'n Diabetes mit Leuten die zu nahe kommen und Flamme 8 bei bei Diggi auch schon wieder du hast gewonnen ja bei Pi mehr perfekt oh wieder was neues gemeisterten nice und wir hau auch innen in die warte kurz immerhin die ganze flammen und so und hier rein spazieren rein spaziert hi tun Ja, ich geb mir da jetzt einfach mal ein bisschen verschnurren geh, weißt du. Einmal, zweimal, klapp' ich jetzt an. Ha! Ha! Nein, lauf'n, die Geschmackstests! Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Sonnenuntergangsmischung, oh mein Gott. Rück' mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag' mir, wer kann sein Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege. Oh. Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir. Ich hab bezahlt und noch den Kassenzettel. Findest du das richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag' ihm das mal! Okay. Also, das wird fixell hin und her jetzt werden. Auf alle Fälle. Hey, wir haben was für dich. Sehr schön. Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripe Skäfig ist. Bring ihn dem Arschloch! Nee. Wenn du das Trete gibst, dann sag' ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zur Stellen hat, wenn man jemanden setzen lässt. Klar. Ich glaube, wir müssen erst mal die eine Mission machen, damit wir dann die nächste beginnen können von er. Deshalb ist sie noch so gut. Oh, das haben wir gar nicht gemacht gehabt. Oh, shit. Ah, wieder ein bisschen stärker. Stärker ist gut gesagt, aber immerhin. So, da müssen wir jetzt aber hin. Schnellreise kann gestartet werden. Nice. Laden und laden. Bis dann. Bis dann. Immer so lieb. Bis dann. Ladensquenz wird eingeleitet. Hi, bro. Hi. Hi. Hi, ma'am. Ah, das verkackte Meerschwärnchen. Jetzt holen wir sie diesmal. Wird wahrscheinlich... Ja. Nein, falsches Zimmer. Falsches Zimmer. Falsches Nuttchen, Mischig. Weil... Als Nutte würde ich die jetzt nicht gut bezeichnen. Als hübsche Nutte. Das ist nur für mich Nutten-mäßig am Start. Einfach nur als Gag. Weil die sicher Crack braucht. Oh mein Gott. Hi. Nein, wir haben noch keine Bilder. Oder fast keiner. Ah, da ist die. Ah, da ist der super Arsch. Und da, genau. Da ist der super Arsch. Und da. Ich bin geblieben. Und genommen. Und ganz schön wieder zurück. Geh, wer stehe. Haha. Na dann. Raus mit uns und raus. und wieder zurück Hallöchen zu hören und nix frage mich ob dann noch dann nachdem wir das mit der Nutze für meiner Meinung nach irgendeine fette Dame wie das wir erledigt haben wäre richtig nice wenn da wieder so ein kleines Speichel kommt sie wie in Wohrl und die und es gibt Streit mit nennen wie viel mehr von Kuhl und sonst und es kommt einmal Mysterio wieder vorbei Mysterio mal kurz vorbeikommen könnte ah je 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 das war so übelst geil dann darf Schnellreise kein gestartet werden und tschüss also wir haben jetzt in letzter Zeit viel mehr schnell Ladesequenzen kommt nur so vor für jeden Spiel so jetzt haben wir das Märchbänchen klar bitteschön was ich merke wie sehr du dich bemühst meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammen zu bringen das weiß ich sehr zu schätzen ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft ich glaube sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen könntest du das Craig geben gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen was kann ich für dich tun oh ja wieso geht nicht einfach jeder selber zu den Typen hin nein wir müssen Zettel hierhin verteilen so schmachsinnig Paartherapie ich soll mit Tweek eine Therapie machen wie mags sag eben ich mach das nur wenn du auch mitkommst ich brauche Freunde um mich oh oh ok hey du hast mich die Scheißhundsmission aufteilt oder fuck nicht was wir machen was ist das Paartherapie Craig verarschst du mich gut ok ich machs nur wenn du dabei bist bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein ok auf zur Paartherapie es ist echt super von dir dass du den Jungs beistehst aha yeah wo findet die Therapie statt oh aha ah die Therapie wird dann schon irgendwann mal starten genau irgendein anderen mal na gut Leute ich würde sagen haut rein bis zur nächsten Folge und tsch